Satzball für Österreich. Das könnte der erste Satz werden. Und das ist es doch. Schauen Sie sich die Menschen hier an. Zufriedene Gesichter überall. Österreich gewinnt den ersten Satz 25 zu 15. Jetzt eine kleine Beratung in der Pause. Bisher wirklich die Leistung der österreichischen Jungs schwer in Ordnung. Sie haben den Satz gut angefangen. Da gab es einen kleinen Durchhänger. Aber gegen Ende des Satzes gab es dann wieder keine Probleme gegen diese russische Mannschaft, die für vielen als der Favorit in diesem Turnier galt. Wie auch immer. Sie sehen die Stimmung. Ein bisschen hier in Lignano jetzt in der Pause. Der DJ, der alles ansagt. Und natürlich das Meer. Könnte das Schöne sein. Kaum. Gleich geht es hier auf jeden Fall weiter. Aber ich bin schon der Worth und Europäische Mannschaft. Vielen Dank.